Beim ersten Gespräch habe ich mit dem damaligen Filialleiter das Gespräch geführt. Ich habe das sehr besonders gefunden, weil damals waren nur drei Leute überhaupt im ganzen Büro und die Stimmung war wirklich freundlich und eher lustig eigentlich. Der besondere Fokus beim Bewerbungsgespräch auf meine Kenntnisse war auf Englisch und Kundenkontakt war auch sehr wichtig. Das Bewerbungsgespräch ist sehr locker abgelaufen. Ich wurde auch über Zahlen und Fakten gefragt. Ich habe mich heute vorher über das Unternehmen erkundigt, habe mir im Internet ein bisschen was angeschaut, was das Unternehmen macht. Sie waren eben zuvorkommen, sehr freundlich, höflich und die haben mir gleich sofort die Angst und alles weggenommen. Keine Nervosität mehr gehabt danach. Ich habe sehr nett und locker in Erinnerung.